So Leute, da bin ich mal wieder zurück mit einem kurzen, aber knackigen Infovideo. Es geht um das neue Crew-Paket, was ja jetzt im Mai, ne nicht Mai, was im April ansteht. Derzeit haben wir ja das Lama mit drin, aber der Monat neigt sich ja schon so ganz langsam dem Ende zu. Deshalb habe ich jetzt mal ein bisschen rumgeguckt und mir ist folgender Skin immer wieder gezeigt worden. Wir gehen mal kurz rein, damit ihr wisst, welchen Skin ich meine, nämlich genau den hier. Aber ohne Quatsch, wenn das der neue Skin werden soll, na, ich weiß nicht, wie feiert ihr den Skin so? Also ich finde ihn ein bisschen Grinch. Also es gibt wirklich bessere Skins als so einen, aber ist natürlich reine Geschmackssache. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr den Skin findet und dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder. Wenn ihr natürlich gerne mit mir supporten wollt, gerne Creator Code benutzen, yt-familyhack. Aber ich kriege den Skin ja sowieso, da ich das Crew-Paket habe und wir gucken einfach mal, was uns da erwartet im Monat April. Also es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Also es hilft, es heilt die göttliche Kraft!